Rund 10 verschiedene Insektenarten versuchen dem Raps zu schaden, aber mit gezieltem Einsatz von Pflanzenschutzmitteln können wir die Schädlinge auf Abstand halten. Durch Monitoring und Gelbschalen reduzieren wir den Einsatz so weit wie möglich und setzen uns für eine umweltschonende Bewirtschaftung ein. Und nur somit erhalten wir eine der wichtigsten Nahrungsgrundlagen für unsere Bienen.